Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. Dezember 2023. Und das sind unsere Themen. Zwischen Kiesinger und Schmidt, Kanzler Scholz, historisch gesehen. Zwischen Führen und Folgen, vom Elend der Mittelmanager. Zwischen Bitcoin und Nickel, die Top-Geldanlagen 2023. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Digitalisierung von Staat und Verwaltung kann nur auf einem Wege erreicht werden, und zwar gemeinsam. Daher bringen wir beim Handelsblatt GovTech-Gipfel die Entscheider aus Politik, Verwaltung und Start-up zusammen, um gemeinsam über Zukunftsfragen zu diskutieren und Lösungen für den digitalen Staat zu entwickeln. Mit dem Vorteilscode GovTech24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis. Wir freuen uns am 21. und 22. Februar 2024 in Berlin auf Sie. Bundeskanzler. Für Olaf Scholz wäre heute sicherlich der falsche Tag, um öffentlich darüber zu resonieren, welche Rolle er einmal in den Geschichtsbüchern einnehmen wird. Der Mann hat derzeit, weiß Gott, andere Sorgen. Deshalb übernimmt das Handelsblatt diese Einordnung in seinem Leitartikel zum Jahreswechsel. Und erinnert daran, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht nur drei sogenannte große Kanzler gab, nämlich Konrad Adenauer, Willy Brandt und Helmut Kohl, sondern auch zwei gescheiterte Kurzzeitregenten, nämlich Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger. Man muss es so deutlich sagen, falls sich das derzeitige Gerede vom Ende der Ampel und womöglich sogar vorgezogenen Neuwahlen bewahrheiten sollte, dann wird sich Scholz als Dritter in die unrühmliche Riege der gescheiterten Kanzler einreihen. Aber die Zukunft ist offen und es gibt durchaus einen Mittelweg zwischen groß und gescheitert. Das passende Rollenvorbild für Scholz im Jahr 2024 könnte der andere SPD-Kanzler aus Hamburg sein. Auch Helmut Schmidt war kein Kanzler zum Knuddeln und ging nicht mit großen historischen Würfen in die Historie ein. Doch dafür führte Schmidt die Republik von 1974 bis 1982 ordentlich durch Zeiten, die mindestens so bewegt waren wie die heutigen. RAF-Terror, zweite Ölkrise, Massenarbeitslosigkeit, Kalter Krieg, Nachrüstung. Vielleicht ein Ansporn für den gegenwärtigen Amtsinhaber. Unternehmen. Nicht nur der Bundeskanzler macht derzeit die Erfahrung, das Leben als Führungskraft war schon mal einfacher. Sicher, Abteilungs-, Bereichs- oder Teamleiter stehen per Jobdefinition seit jeher unter Druck. Sie sollen Kosten reduzieren und Umsatzvorgaben erfüllen. Sie müssen die strategischen Ziele des Top-Managements in ihre Teams tragen, selbst wenn sie nicht dahinter stehen und als Blitzableiter für unzufriedene Beschäftigte fungieren. Doch in letzter Zeit ist zu diesem Pensum noch einiges dazugekommen. Die meisten Unternehmen befinden sich in einer Dauertransformation. Die Mittelmanager sind gefordert, Input zu liefern, sich in Change-Workshops einzubringen, bunte Punkte auf Flipcharts zu kleben und immer wieder ihre eigene Rolle zu hinterfragen. Bei allem müssen Führungskräfte damit leben, dass ihr Mittelmanager-Leben immer unglamuröser wird. Aus dem Eckbüro mit Vorzimmer ist vielfach der Rollcontainer fürs Deck-Sharing geworden. Aus dem Senator-Status bei der Lufthansa die Bahncard zweiter Klasse. Die Erwartungen an Mittelmanager seien heute enorm, sagt Helmut A., Chef der Managementberatung Horvath. Das Mittelmanagement sei als Bindeglied der entscheidende Erfolgsfaktor bei Transformation. Doch dieses Bindeglied ist mürbe geworden, wie Julia Beil, Teamleiterin Karriere beim Handelsblatt, in unserem Freitagstitel eindringlich beschreibt. Sozialstaat. Am unteren Ende der Lohnskala ging es zuletzt weniger um Sinn und Sabbatical. Zum Jahreswechsel steigt das Bürgergeld um 12% und die häufig vertretene These lautet, der Vollzeitjob im Niedriglohnbereich rechnet sich dann nicht mehr. Zusammen mit dem Institut für Wirtschaftsforschung IFO hat das Handelsblatt diese These genauer hinterfragt und kommt zu einem differenzierten Ergebnis. Wer arbeitet, hat inklusive aller Sozialleistungen auch im kommenden Jahr fast immer mehr zur Verfügung als der arbeitslose Bürgergeldempfänger. Aber, so IFO-Forscher Andreas Peichl, es sei die Frage, wie groß der Arbeitsanreiz ist. Beispiel. Ein arbeitsloser, alleinstehender Bürgergeldempfänger, dem der Staat Mietkosten von 650 Euro und Heizkosten von 80 Euro erstattet, hätte ab Januar den Regelsatz in Höhe von 563 Euro zur Verfügung. Würde er zumindest Lohn arbeiten, blieben ihm netto nach den IFO-Berechnungen 911 Euro, wenn er die ihm zustehenden Transferzahlungen wie etwa Wohngeld in Anspruch nimmt. Somit hätte er 348 Euro mehr als sein arbeitsloses Pendant zur Verfügung. Klingt erstmal nach ausreichend Motivation, um morgens aufzustehen. Nimmt der Bürgergeldempfänger aber einen mit 500 Euro bezahlten Minijob an, beträgt der Lohnabstand zum Vollzeitarbeitnehmer nur noch 168 Euro. Bei einem Minijob mit 18,5 Wochenstunden schrumpft der Lohnabstand gar auf 20 Euro. Für die Hälfte der Arbeit gibt es also fast genauso viel Geld wie im Vollzeitjob. Dass da etwas in Schieflage geraten ist, hat offenbar auch Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil begriffen. Der SPD-Politiker sagte der Bild-Zeitung, wer nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Künftig soll der Regelsatz wieder für zwei Monate komplett gestrichen werden können, wenn Leistungsbezieher alle Job- oder Integrationsangebote ablehnen. Geldanlage Okay, das ist ein krasser Übergang vom Bürgergeld, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Eine Rubrik, die ich zum Jahresende im Handelsblatt immer besonders mag, heißt Was wurde aus 100.000 Euro? Akribisch tragen die Kolleginnen und Kollegen vom Geldanlageteam zusammen, wie sich verschiedene Anlageklassen im abgelaufenen Jahr entwickelt haben. Ein emotionaler Moment, denn bei den Top-Positionen kann man sich meist ärgern, dass man nicht dabei war und bei den Flop-Positionen freuen. Am besten entwickelten sich im vergangenen Jahr Bitcoin. Statt mit 100.000 Euro könnte man Silvester mit 245.000 Euro begehen. Auf Rang 3 finden sich US-Technologieaktien, mit denen man aus 100.000 immerhin 149.000 Euro hätte machen können. Wer nicht auf den entsprechenden Index Nasdaq 100 gewettet hat, muss nicht zwangsläufig traurig sein. Weil die US-Technologiekonzerne inzwischen einen erheblichen Anteil am MSCI World ausmachen, ließ die Tech-Hauser auch die weitverbreiteten Indexfonds kräftig ansteigen, die diesen Weltaktienindex abbilden. Diesen Trend haben sie auch verpasst, weil ihr Geld immer noch auf dem Sparbuch liegt. Dann freuen sie sich wenigstens, dass sie nicht ihr gesamtes Kapital in Nickel investiert haben. Dann wäre jetzt nur noch gut die Hälfte übrig und sie würden nicht einmal Mitleid ernten. Denn wer bitte macht so etwas Dummes? Das war das letzte Morning Briefing für dieses Jahr. Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Treue bedanken und für Ihre Toleranz, mit der Sie meine flapsigen Formulierungen und gelegentlichen Fehler ertragen. Dieses Morning Briefing lebt von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich hoffe, dass es das auch weiterhin tut. Am 2. Januar 2024 begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Theresa Stiens. Am 8. Januar übernehme ich wieder. Kommen Sie gut rüber. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Chinesische Autobauer werben mit herausragender Software und der dadurch entstehenden Customer Experience. Mit Erfolg. In einer MHP-Mobility-Studie gaben 58% der Befragten an, dass sie ein Auto eines chinesischen Herstellers kaufen würden. Eben wegen dem guten Infotainment-System. Was bedeutet das für deutsche Hersteller? Hinken Sie hier hinterher? Das habe ich mit Dr. Nils Schaupensteiner, Experte für Elektromobilität und Markus Willand, Experte für Software-Defined Vehicle, beide bei MHP, in der aktuellen Folge So klingt Wirtschaft besprochen. Hier ein Ausschnitt. Markus, du warst gerade zwei Wochen in China. Wie groß ist denn der Vorsprung zu den klassischen deutschen Autobauern wirklich? Also es war erstmal beeindruckend, was ich sehen durfte dort. Im Straßenbild sieht man das ganz eindeutig, dass die meisten Elektrofahrzeuge chinesischer Herkunft sind. Das heißt, im Elektroautomarkt sind die chinesischen OEMs sehr, sehr stark vertreten. Und die Fahrzeuge sind sowohl von den Volumenmodellen bis hin in die Premiumklasse mit guten bis sehr guten Infotainment-Systemen ausgestattet. Was wirklich beeindruckend ist, wie integriert diese Lösungen sind, auch mit dem, was ein chinesischer Nutzer zum Beispiel auf seinem Smartphone hat. Das heißt, nicht wie wir das von Apple CarPlay kennen oder von Google Android Auto, sondern die sind wesentlich nahtloser integriert. Das heißt, das Handy wird sofort mit allem, was darauf ist, ins Fahrzeug hineingespiegelt und kann dort bedient werden. Die Interaktion, die ist also wirklich vollkommen nahtlos. Und diese Mühelosigkeit im Nutzen dieser digitalen Features wird von den chinesischen Kunden mittlerweile bewusst als ein Vorteil wahrgenommen gegenüber, sage ich mal, eher traditionelleren Fahrzeugen, wo diese Funktionalität noch nicht im Vordergrund standen. Noch sind europäischen Nutzern vor allem die Fahreigenschaften wichtig. Hier können deutsche Hersteller ja auch punkten. Aber rückt das perspektivisch auch bald in Europa in den Hintergrund? Das Interessante ist, dass es eben nicht ein Entweder-Oder ist, sondern unsere Befragung hat gezeigt, dass global 87 Prozent der Befragten in den Hauptmärkten USA, Europa und China gesagt haben, dass diese traditionellen Fahreigenschaften, Lenkung, Qualitätsanmutung, Ruhe im Fahrzeug, dass das ein entscheidender Kaufgrund, auch ob ich es jetzt im Leasing oder im Abo mir hole, aber dass ich das Fahrzeug haben möchte. 87 Prozent, in China wiederum waren es sogar 97. Das heißt, jetzt denkt man erstmal, Moment mal, alles digital? Ja und ob? Nämlich auch digital. Denn der Zuspruch bei den digitalen Eigenschaften ist genauso hoch wie für die traditionellen Eigenschaften. Das heißt, wir können also nicht sagen, wir gehen etwas weg von den traditionellen hin zu den neuen Fahrzeugeigenschaften, sondern ich muss beides gleichzeitig schaffen. Aber wo liegt da jetzt genau die Krux? Und wie schaffen deutsche OEMs den Wandel, Markus? Der traditionelle Fahrzeugentwicklungszyklus dauert in der Regel sieben Jahre. Das kennen wir hier schon. Und nach drei bis vier Jahren hat man eine Auffrischung nochmal des entsprechenden Modells und dann wird gewechselt. Und in ähnlichen Zyklen hat man in der Vergangenheit auch die Software entwickelt. Das hat uns eben langsam gemacht. Um das jetzt also bei einem traditionellen OEM neu zu denken, muss man mit Sicherheit erstmal die Hardware von der Softwareentwicklung entkoppeln. Sonst können wir das, was in der Software an Geschwindigkeit möglich ist, gar nicht realisieren. Wir müssen jetzt mutig sein und gucken, dass wir über geeignete Kooperation quasi wieder auf die Höhe der Zeit kommen, um dann im Anschluss das zu denken, was danach kommt, was also übermorgen angesagt sein wird. Und ich glaube, dann haben wir eine sehr gute Chance, wenn wir da konsequent und mutig das umsetzen. Wollen Sie mehr erfahren? Dann hören Sie die komplette Folge So klingt Wirtschaft. Überall, wo es Podcasts gibt.